ja wir können es eigentlich nur abwarten dann angreifen und hoffen dass was klappt und wir könnten so lange uns hier vielleicht kümmer mich mal um die basis hier und mach die mal kaputt die ist fies schon irgendwie ekelhaft ne wir könnten uns natürlich auch umgehen mutverlust zack und dann das so jetzt haben wir acht schwere kreuzer ich muss erstmal hier unten den go noch abwehren und so 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 Ich würde sagen, wir setzen mal zum großen Go an. Sollen wir da irgendwelche Söldner, die wir uns nicht leisten können, runterholen? Weil wir ja nicht genug Versorgungstipos haben. Oh, guck mal, der hat all... Oh, ist das übel. Wie lange soll das noch gehen? Jetzt können sie wieder schießen. So ein kaputt ist das Mistvieh. Jawoll. Ja, gut, das ging ja noch. Ground-Einheiten, alle wieder zurück. Die ganzen schweren Kreuzer werden die nächste Basis auseinandernehmen. Ein Space Marine können wir mal hier hinten. Die ganzen... Ne, da mal im Rückzug, weil ich hab grad gesehen, was von hier drüben kommt. Nicht viel, aber immerhin etwas. Zack. Genau das ist das Problem. Ich brauch mehr Vespinas. Oh, du solltest hier einsammeln. Das ist ein Mineralgenfeld erschöpft. Sicher. Roger. Immer mit der Ruhe. Wah! Heigen erschreckt. Aha. So, was haben wir hier für... Einheiten? So, der sammelt auch jetzt genug ein, dann kann ich mich hier... Ich hab mir jetzt schon den zweiten Leisten. Bestätigt, Sir. Schlechte Neuigkeiten? Oh, keine 400 Mineralien. Krieg ich überhaupt noch 400 Mineralien raus? Nö, ne? Bestätiger optischen Empfang. Naja. Wollen wir mal... Schön hier seitlich rein, dann ist der Weg nämlich am kürzesten zu diesem Kühlturm. Zack, zack, zack. Zerstören. Wollen wir mal ein bisschen aus der Reichweite von einem Sporn-Trabbler kriegen, solange ich hier... Ich wehren muss. Ich wehren muss. Was ist wichtig jetzt? Mach das nicht! Alles da, Sir! Sie sind verschiedene Streitkräfte, werden angetriffen. Bumm 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 Schnell weg da Anhalten dahin positionieren das mit einer zwischen sequenzieren interessiert jetzt geht sie jeden moment traumhaft die türme sind ausgeschaltet gute arbeit habe ich noch eine basis ja ist das eine kluge idee mit allem was ich habe da rein zu rennen und gucken was passiert teil soll da hinfahren andere fährt hier hin ich kann mir nämlich eh keine einheiten produzieren weil ich kein geld habe und ich würde sagen wir gehen jetzt einfach hier drauf auspackt zack zack jetzt habe ich auch endlich wieder nix an wieder radien zack zack gas bauen zack zack gas bauen zack alle da hoch sammeln punkten brauche ich jetzt immer noch wer wird zu einfach jetzt drauf da nee nee warte mal hier rum ist besser oder nee war es glaube ich beides gleich scheiße zack 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 alles irgendwie beballern keiner hat den richtigen durchblick wo wer was schießt einfach mal in diese richtung weiter gehen in richtung reaktor oder kühlturm so erledigt perfekt schließen die zwischen himmel und höhle auf dem schwere in unter 25 minuten ja gut kann man die mission ist und ich würde sagen damit haben wir starcraft zwar jetzt endgültig durch alle missionen mal sehen ob es noch eine video sequenz dazu gab muss ich mal gucken müssen wir mal gucken jetzt und ansonsten war es jetzt erst mal wirklich von starcraft 2 mehr habe ich nicht ne gibt keine andere video sequenz ich glaube das war jetzt hier die end sequenz nur ja das ist ja die end sequenz ja das war es dann mit let's play starcraft 2 wir sehen uns erst wieder wenn die addons rauskommen und ich damit dann weitermachen werde ansonsten ist starcraft 2 hiermit jetzt abgeschlossen ich hoffe es hat euch gefallen ich hoffe ihr abonniert mich kommentiert meine videos bewertet und wir sehen uns beim nächsten video bis dahin ciao wir sehen uns beim nächsten video bis zum 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 nächsten